Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der politischen, der moralischen und rechtlichen Debatte um die Sterbehilfe, oder um es genauer und weniger euphemistisch zu bezeichnen, um die Zulässigkeit eines assistierten Suizids wird von dessen Gegnern wie Befürwortern die grundgesetzliche Garantie der Menschenwürde Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes als vermeintlich entscheidendes Argument ins Feld geführt. Für die einen, ich kann hier an das, was Herr Köcke eben ausgeführt hat, anknüpfen, für die einen folgt aus der Würde des Menschen die Unverfügbarkeit über das Leben, für die anderen soll sich aus eben dieser Würde im Gegenteil gerade die Freiheit zur Selbsttötung als einem letzten Akt der individuellen Freiheitsausübung ergeben, bei dem man sich dann selbstverständlich auch der Hilfe Dritter bedienen kann. Diese gegensätzlichen, ja diametral entgegengesetzten Deutungen der Menschenwürde Garantie sind zunächst einmal eine grundrechtsdogmatische Problemanzeige. Sie verdeutlichen nämlich schlaglichtartig, dass es auch nach mehr als 60 Jahren Geltung des Grundgesetzes bisher nicht gelungen ist, sich darüber zu verständigen, was die Würde des Menschen, die Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes für unantastbar erklärt und die zu achten und zu schützen es aller staatlichen Gewalt aufgibt, eigentlich meint. Mein Tübinger Kollege Nettesheim hat es so umschrieben, der Umgang mit Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes zeichnet sich im Vergleich zur Interpretation anderer Bestimmungen des Grundgesetzes, ja des ganzen Grundrechtsteils des Grundgesetzes, durch auffällige Besonderheiten und Merkwürdigkeiten aus. Die Verfassungstheorie und Dogmatik haben bislang keinen auch nur im Ansatz konsentierten Begriff der Menschenwürde entwickeln können. Es ist, so schließt Nettesheim, eine einmalige Erscheinung der deutschen Grundrechtsdogmatik, dass das Schutzgut einer Staatsfundamentalnorm bzw. Grundrechtsnorm im Unbestimmten bleibt. Andererseits, meine Damen und Herren, ist doch nicht zu verkennen, dass die Gleichsetzung von Menschenwürde und Autonomie im Verfassungsdiskurs gegenwärtig eindeutig dominiert. Paradigmatisch stehen dafür jene Autoren, die bei ihrer Deutung des ersten Grundgesetzartikels an die Programmschrift De hominis dignitate des wiederentdeckten Renaissance-Humanisten Pico della Mirandola anknüpfen, für den die Freiheit, über das eigene Schicksal zu entscheiden, die Würde des Menschen ausmacht. Picos Anthropologie ist in dieser nie gehaltenen Rede über die Würde des Menschen dargelegt. Dem Menschen als einzigem Wesen habe der Schöpfer die Eigenschaft verliehen, nicht festgelegt zu sein. Daher sei der Mensch, so Pico, ein Werk von unbestimmter Gestalt. Alle übrigen Geschöpfe seien von Natur aus mit Eigenschaften ausgestattet, die ihr mögliches Verhalten auf einem bestimmten Rahmen begrenzten und demgemäß seien ihnen feste Plätze zugewiesen. Der Mensch hingegen sei frei in die Mitte der Welt gestellt, damit er sich dort umschauen, alles Vorhandene erkunden und dann seine Wahl treffen könne. Damit werde er zu seinem eigenen Gestalter, der nach seinem freien Willen selbst entscheide, wie und wo er sein wolle. Ich zitiere, wir sind vorbestimmt, das zu tun, was wir sein wollen. Hierin liege, so Pico, das Wunderbare der menschlichen Natur und seine besondere Würde und insofern sei er Abbild Gottes. Diese, meine Damen und Herren, schon von Jakob Burkhardt als eines der edelsten Vermächtnisse der Kulturepoche der Renaissance gefeierte Sichtweise, nach der die menschliche Würde Ausdruck der stolzen Selbstverherrlichung des Menschen ist, der sich zum Herrn seines eigenen Schicksals gemacht hat, erscheint unter dem Vorzeichen des Selbstbestimmungsparadigmas vielen als die dem modernen Menschen allein angemessene, ist dieser doch nicht länger bereit, Schicksalsergeben anzunehmen und zu ertragen, was auf ihn zukommt, sondern will er vielmehr sein Leben selbst bestimmen. Theologisch gewendet könnte man formulieren, nicht mehr Geschöpf, sondern selbst Schöpfer sein. Gegen die damit verbundene Gleichsetzung von Menschenwürde und Autonomie erheben sich aber aus verfassungsrechtlicher Sicht einige grundlegende Bedenken, die ich im Folgenden näher darlegen möchte. Ein erstes, Ihnen vielleicht ganz formal erscheinendes Bedenken, ergibt sich aus der Systematik des Grundrechtsabschnittes des Grundgesetzes. Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, der da lautet, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt, garantiert in der durch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift bestätigten Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht, garantiert in dieser Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht eine umfassend verstandene Verhaltensfreiheit. Als allgemeines Freiheitsrecht eröffnet diese Bestimmung jedem Menschen die Möglichkeit der vollständigen Entfaltung der in ihm angelegten Fähigkeiten und Kräfte. Es gibt demnach kein Tun oder Unterlassen eines Menschen, das nicht von dieser Vorschrift des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz erfasst wäre und damit prima facie grundrechtlichen Freiheitsschutz genießt. Vor diesem Hintergrund aber, meine Damen und Herren, erscheint die Annahme, dass Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes mit der Garantie der Menschenwürde gleichfalls Autonomie gewährleisten will, nicht sehr plausibel. Juristen pflegen nämlich die Anwendungsbereiche und Gewährleistungsgehalte einer in einem systematischen Zusammenhang stehenden Mehrzahl von Rechtssätzen in der Regel so abzuschichten, dass überflüssige Doppelungen von Normaussagen ebenso vermieden werden wie Widersprüchlichkeiten in den Rechtsfolgen. Die eigenständige und ganz bewusst den Freiheits- und Gleichheitsgrundrechten im Grundgesetz vorangestellte Garantie des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz muss daher wohl doch etwas anderes im Sinn haben als der Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Damit soll, meine Damen und Herren, nicht in Abrede gestellt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Verhaltensfreiheit gibt, dass es einer rechtlichen Sicherung äußerer Freiheit bedarf, um ein Leben in Würde führen zu können. Wie dies Artikel 1 Absatz 2 des Grundgesetzes mit seiner Überleitung von der Menschenwürde zu den Grundrechten über das Bekenntnis zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten auch anerkennt und verdeutlicht. Aber die Menschenwürde als der Grund der Grundrechte ist mit diesen auf ihr beruhenden Grundrechten deshalb nicht einfach inhaltsgleich. Selbstbestimmung ist weder Synonym noch Kern der grundrechtlich geschützten Menschenwürde, sondern allenfalls einer ihrer Aspekte. Die freie selbstbestimmte tätige Entfaltung der Persönlichkeit, der souveräne Selbstentwurf und dessen prinzipiell ungehinderte Realisierung sind darum, also um der Menschenwürde willen grundrechtlich geschützt. Sie sind aber nicht Thema des ersten sondern des zweiten Grundgesetzartikels, dessen erster Absatz wie gesagt vom Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung als allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassenden Sinne gedeutet wird. Sähe man dies anders, würde sich auch ein Problem bei der Bestimmung der Grenzen dieser Rechtsgarantie ergeben. Der Schutz der allgemeinen Freiheit aus Artikel 2 Absatz 1 steht unter dem Vorbehalt der Schranken Trios des zweiten Halbsatzes. Die Freiheit zu tun und zu lassen was man will kann also auf gesetzlicher Grundlage um der Freiheit der anderen Willen aber auch aus Gemeinwohlgründen verhältnismäßige Einschränkungen erfahren. Die Menschenwürde dagegen ist nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz unantastbar. Ihre Achtung und ihr Schutz sind dem Staat unbedingt aufgegeben. Die Schranken Divergenz zwischen 2 Absatz 1 und 1 Absatz 1 Grundgesetz lässt sich nicht sinnvoll auflösen. Zwar ist es vorstellbar den Freiheitsschutz durch die Menschenwürde Garantie auf einen Kernbereich der Autonomie zu reduzieren bei dem mangels gegenläufiger Freiheits- oder Gemeinwohlinteressen die individuelle Freiheit sich definitiv durchsetzt doch dafür bedürfte es keiner Hochzonung des Schutzniveaus. Dasselbe Resultat würde sich auch bei angenommener Einschränkbarkeit nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz ergeben, denn Freiheitseinschränkungen sind auch danach nur zulässig, soweit sie zur Verfolgung legitimer Zwecke erforderlich sind. Autonomie, das heißt Willensentschließungs- und Betätigungsfreiheit, wird folglich durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Artikel 1 Absatz 1 wiederholt nicht einfach dieses Schutzversprechen, geschweige denn, dass diese Bestimmung die Autonomie gewähr verabsolutieren will, indem sie die individuelle Selbstbestimmung für uneinschränkbar erklärte. Es gibt aus verfassungsrechtlicher Sicht, meine Damen und Herren, einen weiteren Einwand gegen die Gleichsetzung von Menschenwürde und Selbstbestimmung, der eindeutig noch schwerer wiegt. Wer Vernunft, Begabung und Selbstbestimmungsfähigkeit als die entscheidenden Faktoren betrachtet, die die Menschenwürde konstituieren, der kann nicht widerspruchsfrei Menschen als würdebegabt erfassen, die über diese Eigenschaften noch nicht, nicht oder nicht mehr verfügen. Verfolg du also ein Konzept, das gewollt oder ungewollt mit innerer Logik exkludiert. Offen ausgesprochen wird dies natürlich selten. Insofern stellt Paul Tiedemann, für den Menschenwürde, ich zitiere, der Name für das Werturteil ist, dem zufolge dem Menschen insofern ein absoluter Wert zukommt, als er sich selbst aus freiem Willen bestimmen kann, Zitat Ende, eine Ausnahme da. Tiedemann schließt daraus ganz konsequent, da nicht alle Menschen dazu in der Lage seien, kommen Menschenwürde, Zitat, auch nicht jedem Exemplar der menschlichen Gattung zu. Daraus folge allerdings, so Tiedemann weiter, nicht notwendig, dass mit solchen Menschen, etwa Menschen, die mit Akifalie geboren werden, Menschen mit schwersten geistigen Behinderungen, die es ihnen nicht ermöglicht, auch nur rudimentär ein Ich-Gefühl zu entwickeln, oder Menschen, die objektiv unwiederbringlich ins Koma gefallen, oder bei denen ein persistentes appallisches Syndrom diagnostiziert werden muss, nach Belieben verfahren werden dürfe. Es sei vielmehr durchaus möglich, so Tiedemann, dass andere ethische Prinzipien, also nicht die Würde-Garantie, auf sie Anwendung fänden, etwa die goldene Regel. Einer solchen Sichtweise, meine Damen und Herren, der zufolge Würde nicht allen Menschen zugesprochen werden kann, sondern in ihrer Anwendbarkeit auf Freiheits- und damit selbstverantwortungsfähige Personen beschränkt bleibt, widerspricht aber offensichtlich dem Schutzzweck dieser Vorschrift, die in Reaktion auf die Erfahrungen der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft gerade einen rechtlichen Schutz davor bereitstellen wollte, dass einzelne Menschen oder eine Gruppe von Menschen noch einmal aus der Rechtsgemeinschaft heraus definiert werden können. Die Würde des Menschen, die Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz für unantastbar erklärt, ist die Würde ausnahmslos jedes Menschen. Ganz in diesem Sinne formuliert das Bundesverfassungsgericht, ich zitiere, Menschenwürde ist nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, sondern die Würde des Menschen als Gattungswesen. Jeder besitzt sie, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen Status. Sie ist auch dem Eigen, der aufgrund seines körperlichen oder geistigen Zustands nicht sinnhaft handeln kann. Zitat Ende. Das Bundesverfassungsgericht spricht mithin explizit auch Menschenwürde zu, die keine oder nur eine defizitäre Selbstbestimmungsfähigkeit aufweisen. Die allen Menschen eigene gleiche Würde kann dann aber doch unmöglich jene Freiheitsfähigkeit meinen, die einigen offensichtlich fehlt. Zwar wird geltend gemacht, dass die Selbstachtung des vernunftbegabten Menschen sich im Respekt unter Einsichtsfähigen freien und in der Achtung der Würde des hilflosen Gattungszugehörigen gleichermaßen äußere. Gerade diese terminologische Unterscheidung aber, Respekt unter Einsichtsfähigen freien einerseits, Achtung der Würde hilfloser beziehungsweise nicht zur Willensfreiheit fähiger Gattungszugehöriger andererseits, wirft dann doch die Frage auf, ob es, wenn man die Würde des Menschen so deutet, nicht vielleicht doch um zweierlei geht. Um freie einerseits, denen Respekt gebührt, weil sie einsichtsfähig sind und um hilflose andererseits, die einen Anspruch auf Achtung ihrer Würde haben, weil auch sie zur Gattung der potenziell Freiheitsfähigen gehören. Die Achtung, die dabei auch dem Mitglied der menschlichen Gattung noch zuteil werden soll, der die für sie eigentlich konstitutiven Eigenschaften nicht aufweist, kann wohl letztlich nur eine Schwundform jener Würde sein, die aus der Fähigkeit zu voller Willens- und Handlungsfreiheit resultiert. Sie erscheint eher als mitleidig gönnerhafte Geste, der im Vollbesitz menschlicher Fähigkeiten befindlichen Haves gegenüber den Have-Nots. Brosamen für die, die je nach Art ihrer defizitären menschlichen Existenz entweder so wie erstere immerhin hätten sein können oder gar so wie erstere immerhin einmal gewesen sind. Gleiche Würde ist doch wohl etwas anderes. Ist Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes aber Ausdruck eines anthropologischen Universalismus, dann muss die Conditio Humana, der diese Vorschrift durch ihr Schutzversprechen Rechnung tragen will, in etwas anderem liegen. Zweifel daran, ob wirklich die menschlichen Fähigkeiten, seine Freiheitsbegabung als würdebegründendes Moment zu begreifen sind, hatten Ernst Bender, den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts schon 1985 zu der Frage veranlasst, ob es entgegen der bisherigen Annahme wirklich der dem Menschen zugemessene, ihn von der unpersönlichen Natur abhebende Geist ist, seine Fähigkeit zu eigenverantwortlicher sittlicher Entscheidung, die seinen Wesen im Kern ausmachen oder nicht vielmehr, wie Bender meinte, seine Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit. Dieser in eine Frage gekleidete Ansatz ist mittlerweile vielfältig aufgenommen und entfaltet worden. So spricht etwa Franz Josef Wetz Treffen von einer existenziellen Gleichstellung aller Menschen als nackte, endliche, leidensfähige Wesen, die gedemütigt oder erniedrigt werden können. Was den Menschen zu einem besonders schützenswerten Wesen mache, sei seit jeher weniger seine metaphysische Würdigkeit als vielmehr seine psychische Bedürftigkeit. In der Sprache der Theologie gesprochen wäre demnach bei der Bestimmung der Würde weniger das Gewicht auf die Größe und Erhabenheit des Menschen zu legen, als vielmehr auf dessen kreatürliche Bedürftigkeit, Not und Hinfälligkeit, wie sie besonders Kindheit, Krankheit und Alter sichtbar machen. Eine solche Deutung auch des verfassungsrechtlichen Begriffs der Würde erlaubte es, den mit der auf sie bezogenen Garantie verbundenen rechtlichen Schutz gerade jenen Menschen zukommen zu lassen, die seiner am meisten bedürfen. Ein solches Verständnis des Rechtsbegriffs der Menschenwürde bestünde folglich den sogenannten Opfertest, den Victim-Test, weil es die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft in den Würdeschutz einschließt. Katharine Dupré hat in einem gleichgerichteten Sinne die in den Rechtswissenschaften dominierende, autonomiebasierte und autonomielastige Deutung der Würde des Menschen kritisiert. Sie werde der Komplexität der Lebenswirklichkeit und Erfahrung realer Menschen nicht gerecht, weil sie diese nur partiell abbilde. Ich zitiere, The highly autonomous subject of rights, born with dignity, who goes through his theoretical life, apparently effortlessly asserting his political preferences and living a private family life, does not exist in reality. Real lives are complex and messy. Krankheit und Sterben, so sagt Dupré, seien keine Abstraktionen und nur wenige Menschen erlebten ihr Sterben als autonom. Es gelte daher, Autonomie fokussierte Sichtweisen zu überwinden und zu einem ganzheitlich umfassenden Verständnis der Würde des Menschen zu gelangen, dass der Tiefe und Komplexität menschlicher Emotionen und Bedürfnisse gerecht werde. Ihr Verständnis sei daher in zwei Richtungen zu öffnen, nach innen zur mentalen und emotionalen Innenwelt der Person und nach außen hin zu ihrer relationalen Identität und ihren sozialen Bezügen. Diese Einsichten, meine Damen und Herren, sind nun alles andere als neu, aber in einer auf die geistige Dimension des Menschen und seinen Freiheitswillen fixierten und zugleich begrenzten Sichtweise eine Zeit lang aus dem Blick geraten. Schon Pufendorf und Grotius hatten die Hilflosigkeit des Menschen, die Imbelicitas und seinen Geselligkeitstrieb, den Appetitus Societatis, als die menschlichen Grundbefindlichkeiten identifiziert und darauf ihre Naturrechtslehren aufgebaut. Arnold Gehlen den Menschen in einer, das muss man allerdings gleich hinzufügen, zu Missverständnissen anlassgebenden Weise geradezu als Mängelwesen charakterisiert. Die innere Befindlichkeit des Menschen wird nicht nur durch seinen freien Willen und Verstand, sondern mindestens ebenso sehr durch seine Gefühle bestimmt, die eine identitätsprägende Bedeutung erlangen können. Statt Cogito Ergo Sum könnte man mit gleicher, wahrscheinlich noch größerer Berechtigung Sentio Ergo Sum sagen. Diese innere Befindlichkeit ist für den Menschen nicht weniger wichtig als seine äußere Hülle, aber in hohem Maße verletzlich. Identität und Integrität des einzelnen Menschen sind stets gefährdet. Jeder Mensch kann jederzeit, etwa durch Unfall oder Krankheit, in eine Situation existenzieller Angewiesenheit auf andere geraten, aber auch dadurch, dass sich der Staat seiner bemächtigt, physisch wie psychisch. Menschliche Identität, so formuliert es Clemens Zetmark, ist fragil. Quellen innerer Kraft sind anfällig, interiorität ist zerbrechlich und diese Fragilität, Anfälligkeit und Zerbrechlichkeit ergeben sich aus der Einheit, die innere und äußere Dimensionen des Menschseins bilden. Die Einsicht schließlich, dass der Mensch in sozialen Bezügen erst sein Menschsein voll erfährt und nur so voll entwickeln kann, hat etwa der Jurist Dieter Suhr schon vor Jahrzehnten auf den Begriff der Entfaltung des Menschen durch den Menschen gebracht. Meine Damen und Herren, im Grundsatzausschuss des Parlamentarischen Rates bestand Einigkeit darüber, dass mit der aufzunehmenden Würdegarantie Bedrohungen für die menschliche Existenz und ihrer Entfaltung abgewehrt werden sollten, wie sie sich in der NS-Zeit realisiert hatten. Man unterschied zwischen der dem Menschen immanenten Würde und den vom Staat zu gewährleistenden Rahmenbedingungen für ein Leben in Würde und verständigte sich darauf, von der Würde des Menschen zu sprechen, weil dieser Begriff, ich zitiere, klarer, präziser, akzentuierter, schärfer, kürz, besser sei, als die ebenfalls vorgeschlagenen Redeweisen von der Würde des menschlichen Wesens, der Würde des menschlichen Lebens oder des menschlichen Daseins. Denn, so formulierte es Helene Weber, dieser Begriff, also der Begriff Würde des Menschen, umfasst alles und hebt weder das rein Biologische noch das rein Geistige hervor, kurz, er ist erschöpfend. Es ist also, meine Damen und Herren, kein Zufall, dass Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz von der Würde des Menschen und nicht etwa von der Würde der menschlichen Persönlichkeit spricht, wie dies Artikel 100 der Bayerischen Verfassung von 1946 tut. Die darin enthaltene einseitige Betonung der geistigen Dimension, der Bayerische Verfassungsgerichtshof definiert dementsprechend die Würde der menschlichen Persönlichkeit als der innere und zugleich soziale Wert- und Achtungsanspruch, der dem Menschen als Träger höchster geistig-sittlicher Werte zukomme, wurde von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes bewusst vermieden. In Übereinstimmung damit hat das Bundesverfassungsgericht dem Grundgesetz ein Menschenbild entnommen, das, Zitat, »nicht das eines isolierten, souveränen Individuums ist, vielmehr von der gemeinschaftsbezogen und Gebundenheit der Person ausgeht, ohne dabei deren Eigenwert anzutasten.« Worin aber besteht nun dieser Eigenwert? In der zweiten Schwangerschaftsabbruchentscheidung von 1993 hat das Bundesverfassungsgericht auch dem ungeborenen menschlichen Leben Würde zugesprochen und diese Würde an die schiere Existenz geknüpft. Ich zitiere, »Wo menschliches Leben existiert, kommt im Menschenwürde zu. Diese Würde des Menschseins liegt auch für das ungeborene Leben im Dasein um seiner Selbstwillen.« Meine Damen und Herren, dieses »auch« in diesem Satz ist bisher, so meine ich, nicht hinreichend beachtet worden. Es bedeutet nicht weniger, als dass das Bundesverfassungsgericht generell die zu achtende und zu schützende Würde des Menschen im Dasein um seiner Selbstwillen erblickt. Zutreffend formuliert deshalb mein Berliner Kollege Pestalotzer, »Unser menschliches Dasein ist ein Wert an sich, ohne Rücksicht auf unser So-Sein. Es gibt, was die Würde anlangt, keinen Mehrwert, keinen Minderwert, keinen Unwert. Jeder gilt, wenn er da ist, gleich viel. Oder mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts, »Jedes menschliche Leben ist als solches gleich wertvoll.« Wenn dem aber so ist, meine Damen und Herren, dann ist für in ihren Voraussetzungen so anspruchsvolle Würdeverständnisse wie reine Autonomiekonzeptionen verfassungsrechtlich kein Platz. Das Würdeverständnis des Bundesverfassungsgerichts nimmt den Menschen so, Entschuldigung, so wie er ist, eben häufig schwach, in puncto Selbstbestimmung defizitär, weniger denkend als fühlend. Deshalb scheint für das Bundesverfassungsgericht auch weniger Freiheitsschutz, also Autonomie, als vielmehr geistiger wie körperlicher Integritätsschutz vorrangiges Thema der Menschenwürde zu sein. Es geht ihm um das Wohl und Wehe jedes einzelnen Menschen. Unsere innere Befindlichkeit lässt sich von unserer leiblichen Existenz nicht ablösen. Sie bilden vielmehr eine untrennbare Einheit, führen eine symbiotische Existenz. Offensichtlich beruht die menschliche Identität wie ihre besondere Verletzlichkeit auf dieser Einheit von Leib und Seele. Die körperliche Existenz, das Leben im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, bildet, so eine Formulierung des Verfassungsgerichts, die vitale Basis der Menschenwürde und verdient eben deshalb besonderen Schutz. Dies gilt aber auch für die anderen, die inneren Dimensionen des Menschseins, die insbesondere Schwerkranke und Sterbende als zentral und zugleich als höchst fragil erfahren. Das Mentale, das Psychische, das Spirituelle. Statt einer Fokussierung auf die Autonomie, die in den Grenzsituationen des menschlichen Lebens in ihren tatsächlichen Realisierungsbedingungen zumeist prekär ist, brauchen wir ein inklusives, realistischeres und ganzheitliches Verständnis menschlicher Würde. Mein früherer Assistent hat es einmal so formuliert, As human beings, we all are embodied selves. The fact that we are embodied selves, unique in space and time, constitutes our dignity. As we are embodied selves, dependence, vulnerability and limitations, Change, loss and death, messiness, helplessness and uncertainties are no exceptions. They are integral parts of human life. And as they are integral parts of human life, it is essential to integrate them into a contemporary understanding of human dignity as a legal concept. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fragen, was all dies nun für die Frage nach einem menschenwürdigen Sterben und die Behandlung eines ernsthaften Todeswunsches eines sterbenskranken Menschen bedeutet. Zunächst einmal nur, dass sie sich jedenfalls nicht kurzerhand unter Berufung auf das Selbstbestimmungsprinzip im Sinne eines absoluten Rechts auf den eigenen selbstbestimmten Tod beantworten lässt. Die Problematik eines menschenwürdigen Sterbens kann und darf nicht auf ein Recht verkürzt werden, den Zeitpunkt und die Modalität des eigenen Todes selbst zu bestimmen. Dies gilt umso mehr als die Freiheitlichkeit des Todeswunsches, unter den als unwürdig empfundenen Lebensumständen nicht selten mehr als fraglich ist, der Todeswunsch häufig Ausdruck von Angst, Verzweiflung oder gar einer Depression ist. Und auch wenn diese Krankheit die Betroffenen noch nicht ihrer Freiheitsfähigkeit verlustig gehen lässt, so ist ihre Freiheit doch nicht unerheblich eingeschränkt. Dies rechtfertigt meines Erachtens dem Grunde nach auch diesem Umstand Rechnung tragende fürsorgerische Eingriffe zum Schutze des Kranken vor sich selbst. Kein Zweifel. Ein verzweifelter, ein depressiv gestimmter Selbstmordkandidat will seinen Tod. Er will seinen Tod, weil er ein Weiterleben für Sinn und wertlos hält, fest davon überzeugt, dass alle anderen Handlungsmöglichkeiten für ihn noch unerträglicher wären als die Beendigung seines Lebens. Gleichwohl dürfte auch bei ihm nicht nur eine staatliche Eingriffsermächtigung gegeben sein, sondern der Staat sogar zum Schutz durch Hilfegewährung verpflichtet sein. Da die Entscheidung zur Selbsttötung als Verzweiflungstat in einer Situation vermeintlicher Ausweg und Alternativlosigkeit getroffen worden ist, muss der Staat in Erfüllung, der ihn aus Gründen seiner Verpflichtung auf Achtung und Schutz der Menschenwürde für jedes einzelne menschliche Leben treffenden Schutzpflicht, Schutzmaßnahmen mit dem Ziel ergreifen, der psychischen Notlage, in der sich der zur Selbsttötung Entschlossener befindet, abzuhelfen. Nur die Verhinderung der Selbsttötung eröffnet die Chance, die dem Selbsttötungswunsch zugrunde liegende Depression zu behandeln und bei dem verhinderten Selbstmörder wieder Lebensmut zu wecken. Der Schutz des menschlichen Lebens obliegt dabei dem Staat, wie Udo Di Fabio einmal ausgeführt hat, immer aus einem doppelten Grunde. Zu förderst wegen des in Not befindlichen Menschen, aber auch objektivrechtlich. Er, der Staat, muss mit dem Eintreten für das Leben und gegen alle Emanationen der Lebensmüdigkeit immer auch eines der höchsten Rechtsgüter der Verfassung sichtbar machen. Einer dem Leben zugewandten freiheitlichen Gesellschaft, so Di Fabio weiter, kann nicht gleichgültig bleiben, wenn Menschen in Verzweiflung oder Verwirrtheit das eigene Leben und die eigene Gesundheit missachten, sich selbst aufgeben und dabei für andere falsche Signale setzen. Das Grundrecht auf Leben ist auch eine Wertentscheidung für das Leben, für eine lebensbejahende Gesellschaft, die hier entschieden Position bezieht. Wodurch die Würde des Menschen am Lebensende möglicherweise angetastet wird, wie sie in dieser Situation geachtet werden kann und wovor sie geschützt werden muss und wie dies zu geschehen hat, bedarf stets einer näheren, die äußere wie innere Verletzlichkeit des Menschen gleichermaßen in den Blick nehmen der Betrachtung. Festzuhalten ist jedenfalls auch dort, wo Psyche und Körper eines Menschen in einem solchen Maße zerrüttet sind, dass Kommunikation kaum mehr gelingt und Innerlichkeit nur noch zu erahnen ist, weil Bewegungen spärlicher werden, die Mimik starrer, das Mitteilungsbedürfnis schwindet, ist nur der Zugang zur Würde dieses Menschen verschüttet, nicht jedoch die Würde selbst. Selbstbestimmung in einem anspruchsvollen Sinne und auch die Selbstkontrolle über Körper und Verstand mögen am Lebensende schwinden und im Sterben an ihr Ende kommen, die Würde nicht. Auch die Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit Schwerkranker und Sterbender, am Lebensende mitunter nur noch rudimentär und in ihrer grundlegendsten Form vorhanden, ist als Würde dieser Menschen zu achten und zu schützen. In erster Linie muss es wohl darum gehen, das physische wie psychische Leiden Sterbenskranker durch Sterbebegleitung so zu minimieren, dass es nicht mehr als schlechthin unerträglich empfunden wird, wodurch in aller Regel allererste Gedanke an Selbsttötung aufkommt. Für eine Schmerzlinderung, die nur einer der Aspekte ist, die in diesem Zusammenhang relevant sind, darf, wie der Bundesgerichtshof zutreffend entschieden hat, unter Umständen auch eine dafür unvermeidliche Lebensverkürzung in Kauf genommen wird. Grundsätzlich aber muss daran festgehalten werden, dass aus verfassungsrechtlicher Sicht auch das scheinbar kümmerliche, das scheinbar jämmerliche Restleben eines Sterbenden einen Eigenwert hat, weder der Staat noch ein Dritter dem Da-und-So-Sein eines Schwerstkranken, dem Tode geweihten Menschen seinen Eigenwert absprechen darf. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt daher, dass das Leben eines Menschen nicht rechtmäßig mit der Begründung ausgelöscht werden darf, es sei nicht mehr wert, gelebt zu werden. Der Lebensmüde bringt durch seine Entscheidung für den Tod zum Ausdruck, mein Leben ist es für mich nicht mehr wert, weitergelebt zu werden. Der Dritte, der sich auf seine Bitte hin frei verantwortlich für die Ausführung entscheidet und damit die Letztverantwortung für das Geschehen übernimmt, übernimmt auch diese Einschätzung aber als Externe. Für diesen Menschen, so denkt er, ist es besser, getötet zu werden, als weiterzuleben. Sein Leben ist nicht mehr lebenswert. Eine Rechtsordnung aber, die auf der unantastbaren Würde des Menschen jedes Menschen gründe, die jedem Menschen Wert und Würde zuschreibt, kann die handlungsleitende externe Bewertung eines menschlichen Lebens als Lebensunwert, als nicht mehr lebenswert, unter keinen Umständen akzeptieren. Die Menschenwürde verlangt, dass dem Leben eines Menschen in jeder Situation ein positiver Wert zuerkannt wird. Das gilt auch für Menschen, denen ein schweres Leiden bevorsteht, deren Leben voraussichtlich nun mal kurz dauern wird und oder die im jeweiligen Augenblick ihren eigenen Tod wünschen. Dies schließt aus meiner Sicht grundsätzlich nicht nur die Zulässigkeit einer Tötung auf Verlangen aus, bei der der Dritte, der den Todeswunsch des Getöteten in die Tat umsetzt, das tödliche Geschehen beherrscht, sondern auch die der Selbsttötung mithilfe eines Dritten, bei der die Tatherrschaft beim Suizidenten liegt. Denn auch der Gehilfe wirkt an der Zerstörung des Lebens eines aus seiner Sicht anderen mit. Sein Tatbeitrag fällt zwar geringer aus, er vollstreckt nicht den Todeswunsch des Lebensmüden eigenhändig, sondern trägt zu dessen Realisierung durch diesen Selbst lediglich bei. Diese unterschiedliche Form der Tatbeteiligung bewirkt im Hinblick auf den Lebensschutz in verfassungsrechtlicher Perspektive aber lediglich einen graduellen, keinen kategorialen Unterschied. Auch der Gehilfe macht sich die Wertung des Lebensmüden, sein Leben sei nicht mehr wert, weitergelebt zu werden, zu eigen. Darin aber liegt eine vom Staat in Erfüllung seiner Schutzpflicht abzuwehrende Missachtung des in der Menschenwürde gründenden Eigenwerts jedes menschlichen Lebens. Es holmt hinzu, meine Damen und Herren, dass die Frage, ob es zu dem einen oder anderen Szenario kommt, zu einer Tötung auf Verlangen oder zu einer Hilfeleistung bei der Selbsttötung häufig allein davon abhängt, ob derjenige, der aus dem Leben scheiden will, noch physisch in der Lage ist, diesen Entschluss, und sei es mit Hilfe Dritter selbst zu verwirklichen oder sich ganz in die Hand eines Dritten begeben muss, um sein Leben wunschgemäß ein Ende zu setzen. Dieses Verbot der Tötung auf Verlangen oder der Beihilfe zum Suizid aus Gründen der Unantastbarkeit der Menschenwürde, beansprucht grundsätzlich auch dann Geltung, wenn an der Freiwilligkeit und Ernsthaftigkeit des Todeswunschen des Lebensmüden kein Zweifel besteht und dieses Verbot für den Betroffenen, der zur Selbsttötung außerstande ist, im Ergebnis eine Pflicht zum Weiterleben bedeutet, die ihm die Verfassung ansonsten grundsätzlich nicht auferlegt. Was aber gilt, so werden Sie vielleicht fragen, wenn die Palliativmedizin an ihre Grenzen stößt, auch durch palliative Sedierung schwerste Leiden Sterbender nicht ausreichend gelindert werden können, wie dies nach Einschätzung jedenfalls einiger Mediziner bei einem einstelligen Prozentanteil aller Sterbenden der Fall sein soll. Ein uneingeschränktes Verbot, strafbewährtes Verbot der Beihilfe zur Selbsttötung, auch in einer solchen Konstellation, könnte bei den Sterbenskranken, die nicht ohne Unterstützung durch Dritte ihren Wunsch aus dem Leben zu scheiden, verwirklichen können, auf einem, wie Peter Hinz es einmal drastisch formuliert hat, Zwang zu einem selbst zu empfundenen Qualtod hinauslaufen. Ich meine gleichwohl, meine Damen und Herren, dass auch ein umfassendes, strafbewährtes Verbot der Beihilfe zum Suizid, mit dem die Rechtsordnung gegen die Selbsteinschätzung des Lebensmüden um der Menschenwürde willen daran festhält, dass das Leben unter allen Umständen ein erhaltenswertes Gut darstellt, nicht unangemessen ist. Gewiss sind Fälle denkbar, in denen eine Unterstützungshandlung, auch wenn sie von Verfassungswegen als rechtswidrig beurteilt werden muss, in einer dem Selbstmörder und dem Gehilfen gleichermaßen ausweglos erscheinenden Grenzsituation getätigt wird und die Verhängung einer Kriminalstrafe jedenfalls keine adäquate Sanktion darstellen würde. In solchen Fällen bieten indes das allgemeine Straf- und Strafprozessrecht hinreichende Möglichkeiten von Strafverfolgung und Strafe abzusehen und damit eine übermäßige soziale Reaktion zu vermeiden. Aber selbst, meine Damen und Herren, wenn man dies anders sieht, also für diese Fälle eine Ausnahme machen wollte, wäre es jedenfalls auch in einem solchen Extremfall nicht einfach die Achtung gegenüber der im Todeswunsch zum Ausdruck kommenden Selbstbestimmung, die zu einer anderen Beurteilung dieses Falles führen würde, sondern allein das Individuelle, nicht mehr auf ein erträgliches Maß zu reduzierende Leiden eines Menschen, das den Verzicht auf eine strafrechtliche Sanktion der ihm geleisteten Suizidbeihilfe und die staatliche Hinnahme des mithilfe eines dritten erfolgten Vollzugs des Todeswunsches veranlassen würde. Darin wird noch einmal deutlich, dass mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes nicht eine abstrakte Würde der Menschheit und nicht einfach Selbstbestimmung geschützt wird, sondern die Würde des konkreten Menschen. Die Würde auch des sterbenden Menschen zu achten, bedeutet, seine konkrete Lebenssituation in der letzten Phase seines Lebens mit den noch vorhandenen Entfaltungs- und Artikulationsmöglichkeiten wie ihren Beschränkungen wahrzunehmen, dem Sterbenden dabei zu helfen, die eigenen Unzulänglichkeiten und Steuerungsverluste wie auch das bevorstehende Sterben als solches innerlich zu akzeptieren und durchzustehen, dabei Leiden so weit wie möglich abzumildern. Ein Würdeverständnis dagegen, das den Selbstentwurf des Menschen nach seinem Willen in den Mittelpunkt rückt, erschwert genau dies. Die Selbstbestimmungsfähigkeit des Menschen, meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss, ist auch bei bester Gesundheit an seinem Lebensanfang noch nicht vorhanden. Sie entwickelt sich erst allmählich und sie nimmt im Alter langsam aber sicher wieder ab. Der Mensch ist daher am Anfang wie am Ende seines Lebens auf fürsorgliche Hilfe zur Selbstentfaltung angewiesen. Wer zu sehr auf Selbstbestimmung als vermeintlichem Kern des Menschseins fixiert ist, blendet andere Aspekte des Humanen aus und vermag damit den Wert und die Würde, die Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz jedem Menschen also auch dem Selbstbestimmungsunfähigen bedingungslos zuspricht, nicht zu erkennen und nicht anzuerkennen. Damit aber wird die Schutzfunktion der Menschenwürde-Garantie verfehlt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus Bis zum nächsten Mal. Tschüss.